Mich hat die Frage erreicht, wie man am besten verstehen kann, wie Terme umgeformt werden in der Mathematik. Also einfache Termumformung und speziell geht es hier Aufgabe 5, Seite 43 aus dem Mottebuch Neue Wege, Jahrgang 8. Ja, also Terme umformen. Das hier ist ein Term und die Aufgabe ist jetzt, Summen und Produkte zusammenzufassen. Wie soll das gehen? Nun, es gibt Regeln dafür und die stehen zum Beispiel hier. Und diese Regeln, die muss man natürlich erstmal kennen und soweit auswendig können, dass man sie anwenden kann. Das heißt, man muss nicht nur wissen, dass es sie gibt, sondern auch, wie sie funktionieren. Die Regeln muss man lernen. Das ist wie bei einer Sprache. Ein Beispiel. Ich kann einen Satz formulieren, der heißt, das Buch, das ich lese, ist spannend. Das ist ein sogenannter Relativsatz. Relativsatz, da gibt es hier so ein Relativpronomen und es geht um ein spannendes Buch. Ich kann aber auch sagen, ich lese das spannende Buch. Ich kann also den Satz, das Buch, das ich lese, ist spannend, einmal als Relativsatz haben, aber ich kann ihn auch umformen in einen anderen Satz, einen normalen Hauptsatz. Ich lese das spannende Buch und ich habe dabei grammatikalische Regeln benutzt. Ich kann aber, ich lese das spannende Buch, nochmal umformen in, ich lese das Buch. Es ist spannend. Also zwei Hauptsätze draus machen. Es gibt in der Sprache also Regeln, wie man den gleichen Inhalt unterschiedlich ausdrücken kann. Und natürlich gibt es, also je nachdem, welchen Satz ich auswähle, ist es so ein bisschen eine andere Perspektive oder eine andere Schwerpunktsetzung. Aber letztlich, der Inhalt ist, ich lese das Buch, es ist spannend. Die Gesamtheit dieser Regeln, wie man mit Sprache umgeht, nennt man Grammatik. Und genauso wie Grammatik die Regeln beschreibt, wie man mit Sprache umgehen kann, so gibt es auch in der Mathematik Regeln, wie man mit Termen umgehen kann. Und genauso wie man Sätze unterschiedlich aufschreiben kann, kann man auch Terme unterschiedlich aufschreiben. Das ist also hier der Hintergrund. Es gibt also keine direkte Anwendung oder so, sondern wir sind hier in der Grammatik der Mathematik. Also wie kann ich mit Regeln bestimmte Inhalte unterschiedlich darstellen? Terme sind ja nichts anderes als Darstellungen von Rechenoperationen oder Anleitungen, wie bestimmte Rechnungen ausgeführt werden. Wenn ich mir jetzt mal die erste Teilaufgabe vornehme, dann habe ich einen Term, der lautet 2b plus 5a² minus 5a plus b. Ich sehe, es ist eine Summe, ein Summenterm, weil die letzten Operationen, die ich durchführe, sind Plus und Minus. Ich muss also die Regel der Addition und Subtraktion anwenden. Und die heißt, nur gleichartige Terme kann man addieren bzw. subtrahieren. Ich gucke mir also an, welche Terme sind gleichartig. Es gibt hier einen Term mit b und hier gibt es noch einen Term mit b. Diese beiden kann ich zusammenfassen. Dann ist hier ein Term mit a² und ein Term mit a. Das sind unterschiedliche Sachen. Wenn a eine Länge ist, ist a² eine Fläche. Das sind unterschiedliche Terme, die kann ich nicht zusammenfassen. Was passiert also? Ich kann diesen Term zusammenfassen als 2b plus b sind 3b. Ich habe also die beiden b-Terme zusammengefasst. Die restlichen bleiben stehen. Also plus 5a² minus 5a. Erste Teilaufgabe erledigt. Was muss ich wissen? Nun, die Regel ist, gleichartige Terme durch Addition oder Subtraktion zusammenfassen. Es ist also so, als ob ich aus dem Relativsatz einen Aussagesatz gemacht habe. Ich habe grammatische Regeln angewendet. Nächstes Beispiel. 3a mal 2a in Klammern zum Quadrat. Nun gut, was kann ich hier machen? Ich gehe nochmal eine Seite zurück, um mir die Regel dafür anzugucken. Ich bin also jetzt in diesem Beispiel. Es ist ein Produktterm, weil das Letzte, was ich mache, ist ein Produkt. Multiplikation. Die Regel heißt, in Produkten mit mehreren Faktoren darf man beliebig vertauschen, Klammern und mit Potenzschreibweise vereinfachen. Okay, ich kenne diese Regel. Ich wende sie an. Ich fange mal mit der Potenzschreibweise an. Ich lasse die 3a stehen und die Klammern 2a hoch 2 bedeutet 2a mal 2a. Okay, jetzt vertausche ich die Reihenfolge. 3 mal 2 mal 2 mal a mal a. Und jetzt fasse ich zusammen. 3 mal 2 ist 6, mal 2 ist 12. Und a mal a mal a ist a hoch 3. Ich habe also wieder eine Art von Satz in eine andere Art von Satz zusammengefasst oder umgeformt. Ich habe also die Termumformungsregeln angewendet und diese Umformung einfach gemacht. Nächstes Beispiel. Hm, okay. Moment, das ist mein Schreibgerät etwas störrisch. c 2x minus x² plus x. Naja, was ist das? x ist die eine Art von Term. Kommt hier vor. x² ist was anderes. Was ist stehen? 2x plus x sind 3x. Okay. Für Profis, das könnte man jetzt sogar noch weiter umformen. Ich könnte jetzt x ausklammern und 3 minus x hinschreiben. Das ist eine weitere Regel, die wir auch schon gelernt haben. Also, alles im Prinzip gleichartige Terme, also äquivalente Terme. Die Terme haben den gleichen Wert, aber sie sind durch Termumformungsregeln unterschiedlich aufgeschrieben. Nächstes Beispiel. Minus xy plus yz plus 4xy minus 2xz. Was ergibt das? Ich gucke wieder nach den gleichartigen Termen, weil es ist ja ein Summenterm. Ich habe also hier xy. Hier habe ich xy. Das sind gleichartige Terme. Aber yz ist was anderes. Und xz ist auch was anderes. Ich kann auch nichts ausklammern, weil in allen Summanden, nein, umgekehrt, weil nicht in allen Summanden ein gleicher Faktor vorkommt. Also, das Einzige, was ich tun kann, ist wieder die Summenregel. Ich fasse zusammen. 4xy minus 1xy ergibt 3xy. Den Rest lasse ich stehen. Plus yz minus 2xz. Fertig. Fertig. Nächstes Beispiel. Ja, mein Gerät ist einfach nicht so prall. e. 3ab minus in Klammern 3a plus b. Ich könnte mal diese Klammer auflösen. Für Klammern auflösen wissen wir, wenn ein Minus vor der Klammer steht, dann kehren sich die Vorzeichen in der Klammer um. Also, alles, was eine positive Zahl wird, wird eine negative Zahl. Jedes Plus wird ein Minus und umgekehrt. Auch das ist eine dieser grammatikalischen Regeln. Ich erhalte also 3ab minus 3a minus b. Das sind aber alles unterschiedliche Terme. Kann ich also nicht weiter zusammenfassen. Ich kann auch nichts ausklammern. Bleibt also einfach so stehen. Nehmen wir den nächsten. 5x mal 2y minus yx plus xy. Okay. Hier haben wir jetzt eine Summe von verschiedenen Produkttermen. Ich darf hier die Reihenfolge vertauschen. Also mache ich das erst mal. Das sind also 5 mal 2 mal x mal y minus in Klammern x mal y plus x mal y. Ich fasse den ersten Teil zusammen. Das sind also 10xy. Und jetzt kann ich erst mal vielleicht in der Klammer zusammenfassen. xy plus xy sind 2xy. Und jetzt sehe ich, dass die Klammer eigentlich gar nicht notwendig ist an der Stelle. Ich rechne also 10xy minus 2xy sind 8xy. Und wir erinnern uns, wenn da nichts steht, dann denkt man sich immer 1 mal. Fertig. Nächstes Beispiel. 3x mal 1 halb y minus 2y mal minus x. Produktregel. Produktregel. Vertauschen. Vorzeichen. Klammern. Zusammenfassen. Zusammenfassen. Ja. Geht wieder genauso. Ich kümmere mich erst mal um den ersten Term. 3 mal 1 halb mal x mal y. Und jetzt minus 2y mal minus x. Minus mal minus ergibt ja plus. Das sind also plus 2xy. Ich habe x und y, habe ich die Reihenfolge vertauscht. Darf ich ja machen. Okay. 3 mal 1 halb sind 3 halbe. xy plus 2 ganze xy. Naja, 2 ganze sind 4 halbe. 4 halbe plus 3 halbe sind 7 halbe xy. Fertig. Nächster Term. x mal 3xy mal minus 3y. Okay. Was kann ich machen? Ich kann wieder die Reihenfolge vertauschen. Ich nehme mal die minus 3 nach vorne. Und die 3. Dann habe ich x mal x. Und y mal y. Das sind also minus 9. x mal x ist x hoch 2. Mal y hoch 2. Oder? Naja. Minus 9. x hoch 2. y hoch 2. Ja. Okay. Nächstes Beispiel. Minus. Klammer auf. x plus y. Minus. Klammer auf. Y minus x. Okay. Minus-Klammer-Regel. Ich mache also. Ich drehe in der ersten Klammer die Vorzeichen um. Aus x wird minus x. Aus y wird minus y. Das gleiche mache ich mit der zweiten Klammer. Aus y wird minus y. Und aus minus x wird plus x. x wird minus x. x wird minus x. y wird minus y. y wird minus y. Und minus x wird plus x. Okay. Jetzt wieder gleichartige Terme zusammenfassen. Minus x. Und x sind gleichartige Terme. Und y und minus y. Ja, minus y und minus y sind gleichartige Terme. Also, minus x plus x ergibt 0. Und minus y minus y ist minus 2y. Fertig. Aufgabe erledigt. Ich fasse nochmal zusammen. Beim Terme umformen ist das Entscheidende, dass man die Regeln kennt. Und an Beispielen lernt, wie man sie richtig anwenden kann. Dann muss man sich die verschiedenen Terme angucken und ausprobieren, was man machen kann. Es gibt oft unterschiedliche Wege, wie man Dinge hinschreiben kann. Ja, aber solange man richtige Umformungen macht, ist auch das Ergebnis richtig. Lernt also bitte die Regeln. Probiert es aus. Überprüft eure Lösung. Und wenn ihr dann immer noch Fragen habt, wendet euch an mich.